Jedem das seine, lateinisch suum cuique, ist seit antiken philosophischen Theorien der Moral und Politik ein für die Fassung von Begriffen des Rechts und der Gerechtigkeit, insbesondere der Verteilungsgerechtigkeit, vielfach ins Spiel gebrachtes Prinzip. Es besagt, dass jedem Bürger eines Gemeinwesens das zugeteilt wird, was ihm gebührt, etwa durch gerechte Güterverteilung. Je nach politischer Theorie oder praktischem Bezug werden verschiedene Präzisierungen vorgeschlagen. Der Status eines solchen Prinzips wird unterschiedlich bewertet. Geschichte Suum cuique geht als Grundsatz auf das antike Griechenland zurück. In der Politeia stellte Platon fest, dass Gerechtigkeit besteht, wenn man das seine tut und nicht vielerlei Dinge treibt. Jeder soll das seine tun, und zwar in Art und Umfang so, wie es seinem Wesen, seinen Möglichkeiten und den individuellen Umständen entspricht. Ergänzend erklärte Platon, dass auch jeder das seine bekommen und dass niemandem das seine genommen werden soll. Über diese Verteilungsgerechtigkeit, die dem Lohn und damit auch dem Besitz zugrunde liegt, äußert sich Aristoteles ausführlich in Buch 5 der nikomarchischen Ethik. Wie er ausführt, handelt es sich dabei um proportionale Verhältnisse, in denen jeweils vier Begriffe zueinander in Beziehung gesetzt sind. Damit jeder das ihm Zustehende erhält, muss sich Person A zu Person B verhalten wie C zu D. Die Verbindung des A mit dem C und die des B mit dem D ist die Verteilungsgerechtigkeit. Ungerechtigkeit und Unrecht sind nach dieser Definition. Also ein zu viel oder ein zu wenig für den Einzelnen. Dabei ist sich Aristoteles des Problems bewusst, dass darin besteht, welches Kriterium für die Feststellung dieser Proportion zwischen A und B gelten soll. In dem politischen und juristischen Sinne, jedem das seine zuteilen, wird die Formel unter anderem bei Cicero, Delegibus 1, 6, 19, verwendet. Der dort an die Ableitung des griechischen Substantivs Niumikon Myomikon Sigma von dem Wort Nü Epsilon My Epsilon Iota Nü erinnert. Im Quereem Ili Grekoputan Numine Asum Kui Quir Tribündo Appellatam und diese Sache sei, wie jene glauben. Mit ihrer griechischen Bezeichnung nach dem, jedem das seine zuteilen, benannt, auch in Cicero, Deophischischi, 15, findet sich der Ausdruck. In Hominum Societate tun da Tribündo Xum Kui Quir Ererum Contrectorum Fide. In den Institutionen des Kaisers Justinian heißt es ganz zu Beginn im ersten Teil des Corpus Iuris Civilis Iuris Precepta San Tec. Honeste vivere, alter um non ledere, sum Kui Quir Tribüre, die Gebote des Rechts sind diese. Ehrenhaft leben, den anderen nicht verletzen, jedem das seine gewähren. Bei Ulpian im Corpus Iuris Civilis Digestin 1, 1, 10, heißt es. Justische Esti Constancie Perpetua Volentes Iuris Sum Kui Quir Tribu Endi. Dieser Satz wurde dann vom Verfasser der Institutionen, Tribunian, als Definition an den Anfang des Gesamtwerkes gestellt. Hugo Grotius, ein Rechtsphilosoph und Vordenker der Aufklärung, verwandte den Begriff in seiner Eigentumstheorie. In der lateinischen Version ist die Redewendung die Ordensdevise des 1701 von Friedrich I. gestifteten Schwarzen Adler-Ordens. Johann Sebastian Bachs Gantate Nummer 163 aus dem Jahr 1715 trägt den Titel Nur Jedem das Seine. Der Text stammt von Salomon Frank und thematisiert den Zwiespalt in den Loyalitäten des Menschen und gegenüber Gott. Ein scherzhaftes Gedicht von Eduard Mörike aus dem Jahr 1862 trägt den Titel Jedem das Seine. Es wurde 1939 von Hugo Dissler als Gormusikstück vertont. 1937 bauten die Nationalsozialisten das Konzentrationslager Buchenwald in der Nähe von Weimar. Der Spruch Jedem das Seine steht von innen lesbar über dem Haupttor. Er richtete sich somit direkt an die Lagerinsassen. Dies stellt eine Besonderheit gegenüber den anderen Konzentrationslagern dar. Deren Torsprüche mit ihren nach außen gerichteten Schauseiten sich vornehmlich an die Bevölkerung außerhalb der Lager wandten. Wie beispielsweise Arbeit macht frei in Auschwitz, Dachau, Großrosen, Sachsenhausen oder Theresien statt heutige Verwendung. Die lateinische Form Suum Cuicve ist bis heute Bestandteil der an den Decken von Gerichtsgebäuden angebrachten Gerechtigkeitsformel. Im Vatikan Juni Cuic Suum ist seit dem Gründungsjahr 1861 die Kasekunden erste der beiden Motti der päpstlichen Zeitung La Servatore Romano. In der Bundeswehr abgeleitet von der Devise des preußischen Schwarzen Adlerordens. Es Suum Cuicve das Motto der Feldjägertruppe der deutschen Bundeswehr. Auf dem Verbandsabzeichen des Luftlande-Unterstützungsbataillon 262 steht ebenfalls das Motto Suum Cuicve. In den 1990er Jahren setzte ein kritischer Umgang ein. Der unter anderem in der Auseinandersetzung um Trutz Hados 1996 erschienenen Roman Jedem das Seine seinen Ursprung hatte. Hado rechtfertigt in dem Roman den Holocaust, in dem er ihn als Vollstreckung des Karma-Gesetzes interpretiert. Jedem Insassen von Buchenwald sei in konzentrierter Weise das ihm ausgarmischer Gesetzmäßigkeit zustehende Schicksal zugewiesen, um seine Verschuldung abzuarbeiten und dadurch frei zu werden. Das Amtsgericht Neuwied verurteilte Hado am 4. Mai 1998 wegen Volksverhetzung in Tateinheit mit Beleidigung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zu einer Geldstrafe und untersagte die Weiterverbreitung des Buches. Damit wurde auch offiziell klargestellt, dass die Legitimierung der Buchenwalder Bedeutung von Jedem das Seine in der Bundesrepublik gegen geltendes Recht verstößt. Die Debatte verschärfte sich Ende der 1990er, als die Verwendung des Mottos als Slogan in vereinzelten Werbe- und politischen Kampagnen zu Protesten führte. Worauf einige dieser Werbekampagnen zurückgezogen wurden, den Fall einer eingestellten Werbekampagne von Nokia nahm Henrik M. Bruder 1999 in dem Buch Jedem das Seine zum Anlass angebliche Absurditäten im Umgang der Deutschen mit den Juden zu beschreiben. Im März 2007 wurde am Stadttheater Klagenfurt eine von den Autoren Peter Torini und Silke Hasler sogenannte Volksoperette mit dem Titel Jedem, das Seine Uhr aufgeführt. In dem Stück geht es um einen Todesmasch ungarischer Juden in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Es wurde 2009-2010 mit dem Titel »Vielleicht in einem anderen Leben« verfilmt. Der auf der Berlinale 2009 aufgeführte Film »Jedem das Seine« von Stefan Schaller thematisiert die unterschiedliche Entwicklung zweier Roma-Brüder aus, dem ehemaligen Jugoslawien. Der Forderung des Verzichts auf einen gedankenlosen Gebrauch des nationalsozialistisch konnotierten Ausdrucks steht die Ansicht gegenüber, dass »Jedem das Seine« meist in einem achtbaren Sinne gebraucht worden sei, anders als beispielsweise Arbeit macht frei.